ARD Text im Auftrag von Funk Moin! Servus! Moin Moin meine passiven Freunde! Seid ihr alle passiv? Ja. Ich muss sagen, wir haben einen Leon, hoffentlich hört man ja. Eigentlich, man muss ja nicht hören. Es ist einfach der Leon. Ey, bleib, komm! Ah, und die muss goldene Safe los wetten, komm. Das ist ein Geschenk, da kann du was goldene sauber kommen. Und? Ey, die Sniper. Na, die auch. Ey, die sechste. Das ist wirklich gut. Da, Mini für die. Where? A Mini? Aber Hauptsache die zwei lostesten Fortnite-Spieler, scherznah. Ich glaub, der Leon ist noch gut, aber ich bin lost. Haha. Ja, es ist so. Komm, jetzt tun wir uns einen epischen. Einen epischen. Was ist das für ein Block, was ich in der Hand hab, was ist das? Digga, was ist das? Kohlestück! Digga, friss! Kann man einharzen, oder? Hä? Was ist das? Was ist das? Machen wir mal, wie wird geht denn der? Digga da, okay, ja. Jawohl, schönes Wasser. Okay, der geht jetzt halt. Oh, der ist ja Iglo, doch nicht da. Hauptsache die letzte Junge, der ist gerade so, so, so broke. Perfekt. Das soll der Leistung sein. Digga da, what I want. Vielleicht war ich da, ne, Spaß. Guck mal, ey, das macht wie Angst. Vielleicht kostet ein Iglo, ein Camper. Vielleicht ist Gott hinter die Ahnung. Na, Spaß. Was? Ich habe das zuvedeckt. Was? Ich habe die einen Laserschreck. Da, ich schenk's dir. Ich kann mit dir nicht umgehen. Ich brauche aber einen Muni, ich habe keinen Muni für den. Ach so. Kriegst du die Hälfte? Ich glaube man merkt, wie lustig ich bin, oder? Ja, weil ich mir jetzt sogar Minecraft habe, hab ich das gegeben, bin ich dumm oder so? Ja, von uns im Gegend. Wo? Wo müssen wir gehen? Warte, die Bushy von oben. Mit Granatenwerfer. Auf dem Berg ist er noch. Echt? Der Monk hat einen Headshot, ist down. Tja. Der ist ein Team, der ist da. Was hast du mit den Eier, was hast du mit dem Berg geschossen? Der ist komplett low, als fuck. Den kannst du one-hitten, der ist one-hit. Du kannst den Locker holen. Der ist in der Torsten. Ja. Dinger, der Kill war geschmackig. Ich hab den zu low-heated. Danke. aus Box Healing durch. American, ne? Da kommt immer so ein großes, immer nur so, ob das ist immer, glaub ich von Raven, wo noch. warum bleibt noch einmal was da auch nicht gibt der million schluss mitten und bestehen noch nie mode oder woher in der gold er schon ich bin nur fünf stunden schlafen morgen werde ich gar nicht schlafen hoffentlich was braucht jetzt in china mal bin so lust ja genau da war sie schon die oder ich konnte ausgeben hier war ein gegner Ich glaube, wenn es so ganz am Ende ist, dann sind es meistens richtig gut. Ich weiß. Aufgrund ist es ein Luke Club. Ja, ja, gehen wir holen. Uff. Hey. Das ist wie die. Was Geschmackiges. Ich glaube schon, das hat schon aber auch schon bald. Achso. Ah, der Geier hat da noch. Der Geier hat da noch drauf. Wo? Ich finde den Sniper. Ich habe den Luke Club, die haben einen Griffel. Ich probiere es zu snappen. Nein, nein, wow. Säger, ich fährst auf die ja ultra gut erworfen. Geht doch still, oder? Da hat die HB-Sniper, da hat die HB-Sniper. Die ist gut. Die alte HB-Sniper. Die haben die HB-Sniper. Oof. Die haben die coordinates, die in你是 zu ver是什麼. Der ist gesund auf den transcender Weg, nicht nicht. Der wird nicht der covered auf den Mitteln mußt gez. Ich konnte der Highbian-Sniper r tapsen. Du solltest nicht so verlieren, ob er erstmalig wunderbar machen. Deswegen zack so viel Zeit geben. Der hat die прис Brilliant hippisch macht was. Die HB-Sniperия 1 vor folgt. Oder der Schritte oben gibt ihn. Es beginnend Der Typen nur finische, schau wie ekelhaft aus der Eier, genau aus dem Untrück des Game im Englisch gehabt und er hat mir auch ungegriffen, neige Runde, neis Glick, komm, lass mal probieren Hier brauchst du Minis Eio, wie der Hast du gerade das Tier aufgemacht? Jo Ok Ich bin ein Nespaß im Sauner, kein Nespaß Oh, Nespaß ich bin jetzt wo ist der russer team habe ich habe schon ein kind ach so ein team mit der kreditschritte und heute hat er den pg war johannes ist 60 des lütskalko Der Schneemann sei mit dir. Mein Freund, wo bist du? Komm mal her. Probiert. Hier. Grazie. Tutti, tutti. Tutti, tutti. Tutti, tutti. Tutti, frutti. Ah, tutti, frutti. Ah, ah, ah. Ah, hier ist Bignes. Hier ist noch Bignes. Hier ist Laserschwert. Wobei Laserschwert. Hast du schon ein Laserschwert? Ja. Mach's auf. Das Blaue. Das Blaue. Ganz wahr. Das Blaue. Oh, das haut sich halt geil aus. Luke's Licht. Ah, Luke. Mach's grad nicht. Nein, nimm doch. Vergesst, wie der Typ passt. Das ist der schwarze Typ. Da in Star Wars. Da hast du noch stirbt. Ich weiß nicht, wie der Typ passt. Mace Window. Ich bin kein Lächer schwirn. Ich bin kein Lächer schwirn. Ah, das ist irgendwie nicht so, wie es alles schwert oder so, wie du es in der Hand hast. verschwindet aus ja es hat es hat echt wie du schwert gewusst ich finde die dass du da auch schon wirklich für die nacken ja ja kann auch warum wo sind gegen wo ja 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 Es ist ja nicht so gut, dass ich die Welt schaffst. Naja, das ist eigentlich die Bote, wenn man denkt, dass die Blutzen so schnell sind. Hauptsache ich bin von der Rekte, ich bin dumm oder so. Das liegt unten, du Scheiße. Willst du Minis mitnehmen? Was? Brauchst du Minis, weil hier liegen eine. Ja, ich brauche eine. Hier liegt Apicilikator. Wahrscheinlich ist der legendär, Alter. Der Stichstum macht ein bisschen Angst. Alles klar, ich glaube es hat langsam, Alter. Jetzt kommt der Teufel, weißt? Hey, schon. Komm. Was? Man kriegt einfach für verfacken Munitionslisten so 700 XP einfach. Wann hast du das letzte Mal fort gespielt? Achso. Heute? Äh, letztens. Letztens. Heute habe ich es nicht gespielt. Letztens. Letztens habe ich es mit dem Jahn gespielt. Vor 4-3-2. Ah, genau. Habts ja Win-Kult, oder? Hm. Erste Runde. Hast du Ding Muni? Rocket One? Mann wahrscheinlich. Ihr müsst uns ja irgendwo die Sturmküfer abschützt sein. Da müssen bald irgendwann ein Teil uns stehen, die die abschüssen. Weil die haben so eine Woche. Ah, ne. Komm mal. Ja, wo ist ihr immer Geschenkfilet? Hab ich schon. Den blauen. Achso, dann gehört der dir. Ich brauch den, oder? Was weißt du, du? Das ist ein blauen. Jo. Kann eigentlich sowas ein Ding, also nicht schwer, kann das Raketen-Aub werden? Na. Also, das war klar. Ja, okay. Das ist ein Digger. Ich schenke, Alter. Na, pfleg sie so zurück hinter. Serviuuuu. Ja. Ey, Minis. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Ich brauche von Biggie. Oh, ja bitte. Das war das gärste. Ich sehe, Alter, doch. Ich sehe, Alter. Ich sehe, Alter. Oh, okay. Was haben wir, Alter? Oh, ja. Oh. Das ist ja nett. Ich bin super. Ich bin super, ob schon bei Holli Hübschen. Ah, darum soll ich. Jetzt ist das nicht so weg was, was nichts. xp kronen man muss editieren üben alles verlernt ich kann nur noch ein bisschen bauen war noch extrem schlecht ich könnte mal 90s ich weiß ich könnte es mal probieren aber nicht jetzt auch irgendwann meine bock habe ich nicht verliehe also von dem her immer ganz gegen uns generell hat ich habe eine leite immer die mann ganz wochen wohl so eine kenne war schon obwohl man kennt einfach so objekte aufheben ich habe sie verwenden so wie so zu setzen auf aber flügt so viel flügt fix abarm hier luft zum atom oder ich habe mein 100 wenn es wieder auch so dass das ist das sie die wird auch safe so lang werden wie flügt schon eine halbe stunde sogar drei stunden wird das video werden ja glaube ich schneide nix außer ich werde nur passung einfügen also keine clip sondern nur so bildern so ja das ist ein mann ein mann ich bin ein salm ja so low as fuck von mir geschossen worden jetzt sollte das gore nix mehr von schuld ich kriege ein hit Blutten Blutten Schieß mal vorbei, Alter Was für den Lowenberg? Digga! Der Schwert hat mir nur das Leben gesailt Paz Anno, noch was, gar Hitschum ja Ich höre schon da lächer schon. I? Hä? Chill. Oh, fuck eigentlich. Dez bei dir, dez bei dir, dez bei dir Mit sich mit ich bin der typ der ist bei mir ich hätte ich jetzt Ah, der verkämmt sich an mir drinnen, Alter, irgendwo. Was? Wo ist er? Er holt mich so safe, finde ich. Er ist bei mir. Er puste, er puste, er puste, er puste. Noob. Geh mir nicht was ich nicht an. Ich bin der zweite Mace Windu auf der Erde, also. Hallo Mace Windu. Wie geht es hier? Haben Sie ausgeschlafen? Nein. Brot gegessen, habe ich alles gut gemacht. Ja, genau. Und deine Kern-Nudeln. Oh, die sind super. Ich kann mit RPG nicht umgehen, ich muss die Sniper annehmen. Ich muss auch Sniper annehmen. Sniper ist immer geil. Da ist ein Bremsen. Da ist ein Bremsen. Ah, das ist ein Bremsen. Da ist ein Bremsen. Und den Bremsen. Das ist ein Bremsen. Da ist ein Bremsen. Da ist ein Bremsen. Da habe ich mir gleich. Die Reihe hat Applaus, oder? Ja, das war klar. Dann heal wir mal. Eine Runde heilen. Nächstes Windu habe ich gar keinen Bock. Da ist jemand neben mir. Da, da. Ich habe ihn gerade gesagt. Komm her, ich schwöre, ich zerfetze dich. Da zieht mich mit Schneebälle. Mit dummen Schneebälle. Der ist da, da unten. Das ist halt so Opfer, richtige Opfer. Das ist halt so Opfer. Da da, da er ich typen looter. Ich brauche unten oben. Mann, naaa. Wir tagen Halo Skin. Das ist der Skin, aber ja. Hvad? Halo? Halo Skin. Das ist das, Alter. So, Skin. Inde, das war mal. Ja, das ist direkt unterhalb. Ja. Hinter dir muss aufpassen. Hinter dir ist noch einer. Ja, genau. Dort drinnen ist eine Falle. Was? Oh, nur mal 40 Sekunden. Oh, Alter, Junge. Bitte, komm. Der eine Kliff ist schon eine halbe Stunde gegangen, der andere vielleicht. War es noch da? 15 Minuten? Dreiviertelstund sicher. Ticker. Ah, okay, ja. Ja, aber euch hat es wieder gefallen. Ciao. Ich glaube, ich spiele nie mehr Fortnite. Cheers. Irgendwann nochmal, wenn ich Bock habe, oder? Was sagst du? Jo. 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 Ihr mag's Game noch immer nicht. Ihr kommt keiner überzeugen, dass ihr das Game wollt. Wegen, wenn... What the hell? Okay. Ciao. Auf jeden Fall, dein Schimmels. Ciao. Ciao. Das muss ja aufwärmen. Ja. Warte, 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 warte. Was wir machen. Wenn... Der letzte Lab gab. Probieren wir mal auf die ganze Zone zu gehen, okay? Wenn das ist der gerechte Try harder. Na ja. Wenn der Nub ist, dann gehen wir mal auf die ganze Zone, oder? Wir kommen ja mal aus. Ich will ja mal auskaufen, Alter. Ich hab auch sowas richtig vorgemacht. Ich bin so richtig derjenige, der will immer irgendwas machen, Alter. Ich will so richtig versklaven Karten, die mir dann setzen dann, Alter. Das... Das nimmt mir jetzt gerade auf, Digga. Das wird jetzt geil werden. Na, jetzt verkackt man's so. Boah, ja. Das war jetzt nicht so. Ich hab jetzt schon beim YouTube-Video... Das schneide ich selbst ein YouTube-Video dazu. So. Was danach geschah. Das ist am Ende. Eine... Äh... 43 Minuten vorher. Warte, ich hab'n Schuss gehört. Ich hab'n Schuss gehört mit einem Shotgun-Gabe auf Range. Warte, gönnen wir uns mal Loop Drops. Digga, jetzt kann doch nur ein Loop sein. Ja. Ja, auf Range mit Schuss, glaub'n wir auch beantwortungsgeschossen. Auf die... So selbst gehört. Ja so... Ich gehörlich... Hey, wir leben jetzt nur mehr, Alter, sind die Olli in Stimmen gestorben. Es waren auch noch 10... Da fang... Das ist auch noch so 10 Stunden... Was haben wir wollen, mehr Ahnung? Warum was sind wir drei, Alter, haben wir doch... ... fack? Ja. Wir haben immer auch beste Leben, Alter. Wir kriegen immer so... Wir... Wir machen nichts in einer Runde, gah? Wir nehmen jetzt erst auf... Das war genau die Runde nach dem Aufnehmen, was? Ja, es ist... Es ist das beste Lärm. Guck, wir gehen auf kleinste Zonen, das machen wir jetzt wirklich. Wir bauen uns auf dem Hochhaus, der Outbase, Alter. Und dann kommt das Flusshaus. Wie macht man 90's? Na, es ist kein Joke. Ich würde mal schauen, wo der Typ ist. Wo ist der Typ? Das ist ein Typ. Das ist der Typ. Und dann los. Das gibt's noch mal. Ich würde mir aber auch... Was ist hier nochmal? Ich bin immer auf der Sitzung. Ich der ich konnte es noch nicht nur richtig wenig money und es war aber scherz wir kennen natürlich konnte keine traurige weniger weil der tag wenn du den 6 ja genau so schrei was du mit dem job es ist doch der kämpft da ist der auto der ist ein was da ist er, guck mal, der lässt er ich hab ihn kehrt ich hab ihn kehrt ich hab ihn kehrt wir müssen mal schauen was er ist was er ist er ist ein mensch na doch, na da, ein Botconner lass ihn nicht auf ihn schießen, aus, aus ich will nur Bus fertig kommen oh mein Gott los ihn, los ihn, los ihn wir müssen mobben nicht kaputt machen chill er ist unser Opfer der ist gut, der ist gut, der ist gut der hat schon gedruckt gerutscht was was schießt du auf und nicht auf der zeit nein ok wir machen wir kennen so weit auf ich will den los rufen wir müssen ihn so hart dazu bringen, dass er einen Stumpf verreckt alter oh mein Gott, wir könnten ihn im Ausbau im Ausbau hinaus, Junge was soll ich machen? dieser Moment wenn man ewig kein Kv gespielt hat direkt dritte Runde win man kennt ihn ok win ist noch safe ja ja kann ja ultra tryhard sein jetzt 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 kommt jetzt kommt boah der Typ du musst mir immer hielen ich verstehe es halt warum ich so lost bin der 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 hat mir noch nie getroffen hast du mini ist er das so? jo ob es auch geil frieren wo bist du? warum baust du unter mir zu, Alter unter mir zu, Alter unter mir zu, Alter ich bin mir bei dir bei dir bei dir mal zeigen oder? doch bist du gut ja geh du auf hier geh auf hier ich spiel noch wirklich auf der ganze Zone, gell? er ist so low, Alter, ich hab mich noch zurückspotet er ist für einen O-Scope bereit, gell? echt? ist er bereit? er ist wohl nicht er ist bereit für einen O-Scope, gell? wo? jawohl, Niki ja du bist der Beste der Typ ist der Typ ist ey, ey, ey es ist doch nicht lost bitte mach keine scheisse ich schwör ich... ich, ich... 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 ich boxe ins Video rein Der Typ ist gut, er hat keine Metz mehr, glaube ich halt, doch nicht da, ich war, wenn ich noch leben würd, der steht draußen, der steht draußen, der steht, oder, wenn ich noch leben würd, Leon, ich hab 8, 20 Kp, er kommt zu mir, er schlägert sich zu mir, 2, 20 Kp, na, 18, na, na, ich verreck, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ja, das war's, boah, bitte, Was hast du auch gesagt? Nein, 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 nein! What? What? Nah, nicht ernst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab einen Sturm ausgebaut. Ich hab gerade gehört, der holt die. Ich schwör. Ich hab so richtig Asse gespielt. Ich wollte den jetzt am Ops schilden. Ich wollte den ausbauen, immer so richtig Asse. Ich war so richtig Asse, Alter. Ich geh noch weiter hin. Da, 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 da. Ich geh noch weiter hin. Wie geht's aus, oder? Digga, das war grad ultra geil. Ich hab mal. Wie geht's aus?